das haben wir jetzt kinder sehr gerne gemacht sandburgen bauen einfach sand nehmen und einen haufen draus machen und auch ich habe mich dazu entschlossen mal wieder einen schönen haufen zu bauen allerdings nicht nur aus sand sondern aus vielen verschiedenen materialien und dieses prinzip der permakultur das hügelbeet möchte ich hier heute ein bisschen näher vorstellen ja das hügelbeet ich habe mich jetzt in den letzten wochen und monate daran gesetzt um das hügelbeet zu bauen war ziemlich auf bin ich habe ich möchte euch einfach in dem video erläutern ja wie ein hügelbeet aufgebaut ist welche vor- und nachteile es hat und was man eigentlich allgemein so ein bisschen beachten sollte also ganz allgemein zum aufbau ist dass man beim hügelbeet normalerweise wenn man es übrig hat karton auslegt also kartonagen damit das unten also das gras oder die fläche an die mir das hügelbeet anlegt schon mal kurz ja kompostiert wird sozusagen also verrottet und dadurch durch den karton wird zum beispiel auch die flüssigkeit aufgehalten aufgesogen und aufgehalten das heißt dass das hügelbeet dann auch ständig feucht bleibt wenn man das nicht macht dann sollte man auf der ersten schicht die holzstämme oder die dickeren holzäste so gut nebeneinander legen dass wirklich auch keine zwischenräume platzen und eventuell auch die kleinen zwischenräume mit holz abfüllen ja auffüllen das ist auch die erste schicht die man machen sollte karton und gröberes geäst oder holzstämme wenn man sie zur verfügung hat bei denen dient als langzeit nährstoff abgeber im hügelbeet bzw als langzeitdünger sozusagen der über mehrere jahre hinweg nährstoffe an das ganze beet abgibt und dann fängt man weiter an nachdem man dieses grobe geäst hat immer weiter und feiner zu gehen und man hat zum beispiel etwas kleinere äste sage ich mal nicht mehr stämme oder größere äste kleinere äste die man gut abbrechen kann laub zum beispiel grobes gestrüpp wie zum beispiel er hat das beilkraut oder wenn man jetzt rückschnitte von johannisbeeren macht oder von rosen solches einfach als nächste schicht eventuell auch bioabfälle biernen verbaute einfach mit reinwerfen und ganz klassisch grasschnitt also alles mögliche organisches material was euch eigentlich so einfällt kann mit aufs hügelbeet was ich auch noch gemacht habe ist das ganze auch noch mit effektiven mikroorganismen immer regelmäßig eingesprüht terapreta also die pflanzen kohle die ich selbst hergestellt habe habe ich auch mit eingemischt urgesteinsmehl und bokashi natürlich habe ich auch mit in den haufen reingeworfen und an der letzte schicht habe ich dann noch mal erde drauf geworfen dass es dann einfach alles abgedeckt wird und das soll jetzt vorübergehend in meiner situation reichen ich habe jetzt nicht viel erde genommen sondern eine kleine eine kleine schicht das ist halt einfach abgedeckt bis die ganzen materialien das seit dem frühjahr dann wahrscheinlich schon alles gut verrattet ist und ich nicht so viel erde momentan auch zur verfügung habe aber und so schichtet man einfach ja das hügelbild auch weiter und weiter und kann man eigentlich individuell gestalten man kann eins von 50 cm groß machen man kann eins von einem meter machen drei meter je nachdem wie viel platz ihr habt wie viel materialien ihr zur verfügung habt und wie viel aufwand ihr euch allgemein bei den hügelbeet machen sollte wichtig ist auch dass ihr auch hier eine entsprechende beetumrandung macht und den hügel auch wirklich zum beispiel auch mit ästen außen herum befestigt um entsprechende überschwemmungen oder ausschwemmungen zu vermeiden also welche vorteile bzw nachteile hat so ein hügelbeet also können ganz allgemein mit den nachteilen anfangen also bei den nachteilen ist halt das eine problem ist ein hügelbeet je größer man das machen möchte natürlich auch sehr aufwendig ist also das man braucht schon die entsprechende zeit und muss sich das material anschaffen muss das alles zusammennehmen eventuell auch erde schaufeln erde besorgen das kann auch ins geld gehen wenn man es ohne geld machen möchte muss man schauen zum beispiel ich im dorf wo man sich das ganze material die ganze erde zum beispiel auch her holt des weiteren habe ich jetzt zum beispiel etwas etwas größere fläche zur verfügung ich habe sozusagen den platz um hügelbeet zu machen den hat halt nicht jeder da muss man auch wieder schauen machen wir ein hügelbeet oder man mir eventuell hochbeet muss man sicherheit je nachdem so abwägen in welcher situation momentan halt auch ist und das dritte der dritte nachteil ist das hügelbeet kann schnell austrocknen wenn man nicht entsprechend schichtet oder die lage wie ich am anfang erzählt mit dem karton dass man auch hier zum beispiel wird immer wieder nach gießen muss und das ist zum beispiel im hochsommer eigentlich nicht in der sache weil ein hügelbeet sich sozusagen selbst kümmern sollte weil wir jetzt auch hier schon dann entsprechend vorteile kommen die hügelbeet hat also einerseits vergrößert das natürlich die beetfläche ich kann hier stufenweise anbauen ich habe zum beispiel eine südseite indem ich stark zähre zum beispiel ganz oben ansetzen kann wie melonen tomaten gurken kürbisse zuckinis kann ich oben ganz gut dran setzen das bedüngt sich selber die pflanzen haben es dementsprechend eine gute dieses stärker eine gute nährstoffversorgung und können auch hier gut wachsen vor allem weil aufgrund der erhöhten lage auch die pflanzen das schön warm haben und ich nicht viel gießen muss das heißt die komplette versorgung der pflanzen ist halt auch optimal und ich habe es auch deswegen angerichtet weil ich melonen anbauen möchte ich bin roh veganer wie vielleicht einige wissen und ich liebe melonen melonen sind super deswegen habe ich jetzt einfach primär die hügelbeet eingebaut um melonen anzubauen aber wie gesagt man hat eine südseite man hat natürlich auch eine entsprechende nordseite die man auch hier abstufen kann das heißt man kann auch hier jetzt die etwas schattigere lage verwenden um zum beispiel etwas weiter oben stark zähre wie zum beispiel man gold der ein bisschen besser im schatten gedeiht anzubauen und das kann man auch wieder stufenweise runtersetzen dass man an den untersten schichten zum beispiel salate ansetzen kann oder auch möhren an der nordseite setzen kann die wachsen auch an dem hügelbeet sehr gut und in dem hatte ich nicht so viel erfolg mit den möhren die möchte ich heute das kommende kommende saison auch dort anpflanzen und so kann man einfach ja seine kreativität freien lauf lassen und die abstufung sozusagen auf mehreren ebenen anbauen und das natürlich auch gut ausnutzen das ist ein wesentlicher vorteil eines hügelbeet ist das andere wie schon bereits erwähnt habe es ist ein langzeitdünger das heißt dass das hügelbeet für fünf jahre eure zum beispiel eure pflanzen mit nährstoffen versorgt und ihr jetzt nicht da irgendwie horn späne brennessel ja auch oder was auch immer mit einmischen müsst oder urgesteintes beet reguliert sich sozusagen von selber das war jetzt ziemlich oder beziehungsweise die wesentlichen vor und nachteile die mit einem hügelbeet einhergehen wie gesagt ich wollte es ausprobieren weil ich deshalb ein sehr schönes prinzip der permakultur finde wie man jetzt zum beispiel hier bei einem harten lehmboden den ich jetzt hier habe trotzdem ja kulturpflanzen in seinem garten anbauen kann ich werde euch dann noch mal kurz zeigen wie das ein hügelbeet von mir ausschaut und wie ich es halt auch ein bisschen geplant habe ok also hier könnt ihr jetzt mal die vorderseite von dem hügelbeet sehen so und so lang und so hoch ist es jetzt ungefähr nach der abschätzung wie auch hier sehen könnt habe ich halt hier schon mal auf dem hügelbeet ein bisschen erde aufgefüllt in dem hinteren hier hinten habe ich es noch nicht gemacht da muss ich es noch machen aber hier habe ich halt das material könnt ihr jetzt sehen was ich verwendet habe hier also wirklich ganz normale abschnitte hier überwiegend laub und grasschnitt was ich auch hier gemacht habe ist um ein bisschen die ausschwemmung und die wärme im hügelbeet zu halten dass ich hier noch mal diese dachziegeln als umrand als beetumrandung noch mal verwendet habe da wenn ich noch mal ein paar steine organisiere dass ich noch mal die umrandung bisschen höher mache und es schaut außerdem ein bisschen schöner aus wenn ich diese umrandung hier so rundherum gemacht habe ja also wie gesagt mehr zum hügelbeet kann ich euch eigentlich erzählen ist sollte einfach mal jeder selbst die erfahrung machen und den aufwand wenn er lust hat und in diesem sinne vielen dank dass ihr eingeschaltet habt ich würde mich freuen wenn ihr das video bewerten würdet einen kommentar hinterlasst ob ihr schon mal ein hügelbeet angelegt habt und welche erfahrungen ihr damit gemacht haben können wir einfach mal in den kommentaren ein bisschen darüber reden und sonst würde ich mich natürlich auch freuen wenn ihr das video in social media kanal wie zum beispiel auf facebook oder twitter teilen könntet und natürlich könnt ihr mich auch kostenlos abonnieren und auf die glocke drücken wenn ihr das bereits gemacht habt soweit ihr euch immer beraten nachrichtigt wenn ich ein neues video hochlade in diesem sinne vielen dank dass ihr eingeschaltet habt genießt noch mal die letzten schönen herbsttage beratet euch für die nächste saison vor wir sehen uns in der nächsten episode hier im peace projekt bis dahin ciao ist und Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.